Wie meistern Sie den Quereinstieg als Immobilienmakler ohne Praxiserfahrung in der Immobilienbranche? Die meisten Quereinsteiger in der Immobilienbranche haben nur eine theoretische Ausbildung. Doch gerade als Immobilienmakler ist die Praxiserfahrung so viel wichtiger. Hallo, mein Name ist Heinz Bosbach und ich habe vor über 30 Jahren meine erste Immobilie verkauft. Und glauben Sie mir, ich bin in so ziemlich jedes Fettnäpfchen getreten, in das man treten kann. Und daher kenne ich alle Herausforderungen, die man so als Quereinsteiger hat. Ich zeige Ihnen, wie Sie Ihr Maklergewerbe korrekt anmelden und richtig starten. Immobilieneigentümer von sich überzeugen, wie Sie als Experte wahrgenommen werden und qualifizierte Alleinaufträge mit voller Cortage erhalten. Mit einem erprobten System können auch Sie als Quereinsteiger erfolgreich werden. Vor über 17 Jahren habe ich genau so ein System entwickelt, mit dem Sie den Quereinstieg auf dem Immobilienmarkt ganz einfach meistern. Dabei helfen mein Team und ich, Ihnen Schritt für Schritt ein System zu implementieren. Angefangen vom Aufbau eines idealen Maklerbüros bis hin zu einem Konzept, wie Sie mit System hochwertige Objekte und Alleinaufträge gewinnen. Wenn sich das für Sie interessant anhört, dann klicken Sie jetzt hier unten auf den Link und vereinbaren Ihre kostenfreie Erstberatung. Ich freue mich auf Sie, Ihr Heinz Bosbach. Ich freue mich auf Sie.